Wir zünden jetzt eine Red-Green-Fontäne von VEKO. Und ja, Zündung. Das war's schon. Jetzt zünden wir mal noch die zweite Fontäne, die wir jetzt gefunden haben. Das ist eine Bluestar-Fontäne von VEKO. Fast dieselbe Kaliber, dings. Leute. Meine Fresse, ihr. Die Arbeit ist nicht. Das kann doch nicht wahr sein, ihr. Warum beleidigen Sie mich ohne Grund? Hältst Sie selber Ihre Fresse erstens das, weil Sie mich anfangen zu beleidigen? Ich hab Ihnen nichts getan. Ja. Das können wir machen. Das ist doch nicht meine Sache. Sie brauchen mich nicht ohne Grund zu beleidigen. Dinge. okay